Coole Games, die meine Schüler erstellt haben. Das heißt Car Game von Henry und er hat circa 4 Wochen dafür gebraucht. Ja, man kann ja einfach alles kaputt fahren. Richtig krass. Er erinnert mich gerade ein bisschen an GTA. Für die kurze Zeit auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das Spiel heißt Nacho Run von Emil, gerade mal 12 Jahre alt. Und er hat schon so ein krasses Spiel erstellt. Er hat dafür nur 3 Wochen gebraucht. Und ich finde gerade die Grafik ist echt sehr, sehr gelungen. Ihr wollt auch Spiele erstellen? Ich bring's euch bei.